Moin, moin, meine Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist wieder Portal Night Time. Ja, mit dem Onkel zusammen. Ja, hallo. Ja, wir haben im letzten Part hier schön unsere Behausung weitergebaut. Onkel hat hier schön das Beet angesetzt. Ich hier unsere kleine Baumschule. Und ich würde sagen, wir gehen dann nochmal Taschen leer und dann gehen wir mal durchs Portal wieder. Ja, genau. Also wir haben hier vorne, hast du die ganzen Dinger hin. Dann haben wir hier in der Kiste waren, ja, die sind so doof verschieden. Ich würde eher sagen, dass wir hier so eine Blockkiste machen. Die, wo ich gerade drin bin. Okay. Das ist den anderen mal wieder hier rausnehmen, das Zeug. Das ist so eine Blockkiste. Das hier wird dann Setztling-Kiste. Du hattest jetzt hier, ach, das machst du Setztling-Kiste. Okay, stimmt, das war eine Setztling-Kiste. Genau. Dann brauchen wir jetzt noch eine Kiste. Ah, genau. Dann machen wir hier die Blöcke rein, das ist gut. Och. Und dann würde ich gerne halt noch eine, was weiß ich, eine Materialien-Kiste vielleicht. Also eine Dings, wo wir hier Möbelstücke oder so, obwohl die bauen wir ja gleich auf, die Möbelstücke, ne, denke ich mal. Eigentlich bauen wir nur das, was wir wirklich denn brauchen, ne? Und ja, so eine Mixkiste wäre vielleicht auch gut. Und dann eben noch eine Dingskiste, ne, 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 ne Pflanzenkiste mit, oder Nahrungskiste. Also noch zwei Kisten, das wird die wenigstens noch haben. Okay, vier Holze. Also eine Kiste gibt es auf jeden Fall noch. Kann man eigentlich auch... Man kann, glaube ich, nur alles nehmen, aber nicht irgendwie... Ich weiß nicht, was... Aber man kann den... Ich wollte sie eigentlich aufteilen. Ich wollte nur... Ich brauche nicht immer alles mitnehmen, dass das Schwachsinn. Aber irgendwie lässt er das nicht zu. Ah, okay, mit Pilzen. Okay. Erstmal brauchen wir eine Kiste, wo immer dann... Was machen wir da rein? Eine Nahrung oder sowas, ja? Soll ich die hier genau neben dran hinstellen, die Kiste? Ich sehe es nicht. Stell es einfach hin. Ja. Kannst du auch hier noch eine hinstellen? Dann ist jetzt Platz. Ein bisschen Platz haben wir noch. Genau, ein bisschen. Ach ja, ist das. Was ist das jetzt für eine Kiste? Mauter, das ist jetzt eine Nahrungskiste? Können wir eine Nahrungskiste drauf machen, ja. Okay, dann habe ich den ganzen... Döns mal hier rein. Ich brauche auf jeden Fall... Das hier. Holz. Das hier. Das hier. Das hier. Sehr gut, sehr gut. So... Ressourcenkiste oder so ein Scheiß halt. Wie das halt, ne? Da, eine Kiste wäre halt noch toll. Eine Mixkiste. Ich bin dabei. ich hole gerade noch ein bisschen holz also unser inneres im haus kann noch bearbeitet werden muss ich sagen kriegen wir auf jeden fall hin so stellen wir den hocker hin ein höckerl aber guck mal wie geil oder ich stelle ich muss mal aufmachen oder hier die tue schon mal weg ich sehe nix ich schaue das mal auf die sieht geil aus viel schöner aus in der lampe so und das ist jetzt okay die mixkiste denke ich mal genau muss man denn alles weg tun oder kann man das auch teilen genau das habe ich vorhin auch versucht herauszufinden bis jetzt aber noch nicht geschafft ich würde sagen die sachen lassen wir im inventar das ist jetzt nur irgendwie anders ähm baumwolle wo machen wir baumwolle hin die habe ich hinten in die dingskiste reingetan in die ressourcenkiste in die essbare kiste in die essbare kiste ich wüsste wo ich hin tun sollte ich wüsste wo ich hin tun sollte ah da alles klar machen wir erstmal alles da rein ein bisschen was essbares nehme ich mit Wasser packe ich auch erstmal da rein sehr gut sechs heiltränke dabei schleifsteine nehme ich auf jeden fall noch mit schleifsteine was brauchen wir dafür steinblock haben wir noch steinblock hier oh ach die blockkiste war hier hinten genau steinblock ist noch da stein stein ein steinblock ist noch da ja ok dann bauen wir halt ein ne ein schleifstein so genau jetzt habe ich drei stück dabei möchtest du auch noch einen schleifstein oder hast du noch einen ich habe noch glaube ich welche warte ich habe noch zwei stück alles klar ich habe drei stück das ist nicht hier oben ist das portal wieder auf warum ist das portal wieder auf ach wir zurückreisen können wir übers menü hier muss man ins portal gehen oder was oder können wir auch übers menü da hingehen ach geht auch können wir auch da hin und hier sieht man magma-made, staubmade, grunser, grünschnabel, sandpanzer und dann haben wir agaven wachsen hier viel und kupfer, erz, roher strom aha ok ah das sind jetzt die ressourcen dann sehr cool ok ok dann reisen wir hin auf jeden fall staubige berge juhu so ich fühle mich so schwerelos so Nero ist beigetreten ja jetzt sind wir aber soweit dass wir jetzt eigentlich wieder ins nächste portal oh 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 ähm oh 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 wir müssen unbedingt dann schauen dass wir bessere waffen herkriegen und dazu brauchen wir ja Kupfererz ja danke hinter dir ich bin grad am äh äh sehr schön äh ok soll wir hier weiter nach Kupfer nochmal gucken oder lieber gleich ins Portal gehen weil Kupfer brauchen wir auf jeden Fall noch für bessere Waffen das ist richtig wir brauchen aber auch Kohle um überhaupt Backen herzustellen und Erz haben wir noch das ist nicht das Problem ok dann gehen wir ins Portal ok und rein mit uns das Maragdflag das Maragdflag das Maragdflag hätten wir uns auch gleich dahin porteln können siehst du mal wusste ich gar nicht sobald so ein Portal steht kann man auf der Map ist es auf der Map freigeschalten wusste ich nicht äh jetzt wissen wir's ich hab's davor geguckt aber bin gar nicht drauf geachtet siehst du aber was ich halt schade finde dass wir das nur zusammen machen können das finde ich schade so neue Insel das würde ich sagen können hier ich gehe auf das Maragd insel ah cool ist da schon das würde ich sagen können du gehst auf das Maragd insel und ne mhm das ist richtig ich hab jetzt auch absichtlich ähm die Dings zuhause gelassen die Portalsteine hehehe oh fuck oh fuck oh gekämpft schon wieder oh 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 ja kein Strom Tüten 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 gut Guck mal da unten was haben wir denn da eine kleine Höhle und ich greife hier schon wieder mal gleich an ach man ich ziehe die firmen nicht an die fücher das wurde ein veredelter holzblock schade jetzt bin ich auch level 4 ok man einiges mehr quarts staub so ich guck mal kurz in das muss ich definitiv ich baue hier noch ein paar stein blöcke ab macht das talent punkte vergeben ja noch ein level da können wir die nächsten machen freischalten steinbeißer eleganter reduziert den verlust von haltbarkeit okay das war dann zum schluss werden sehen soweit ist okay schade also das bett habe ich hier leider nicht bekommen was ich abgebaut habe schade ich muss mir echt langsam sorgen machen weil immer da wo ich hingehen will ich habe auch das nächste portal gefunden ich werde wieder angegriffen auch man das nächste portal wäre hier unten gleich wieder da okay dann ach da oben ist da oben ist kohle wie einst ein youtuber sagte kohle 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 diese holen wir uns hier ist auch gleich wieder ein bergwerk raus kohle 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 down klärung einen rein damn Learn so dazu würde ich sagen nehmen wir uns mal fackeln das ist ein misst hier oben einschieben leuchten okay man geht rein und kriegt gleichbar auf die schnauze so wir haben gleich kohle noch kohle kohle ist denn hier unten irgendwas jetzt hier rüber gehen okay gut da war das wahrscheinlich bloß auf der ersten insel so spezialität dass wir da so was gefunden haben so entschuldigung für die kurz unterbrechen mein kleiner sprössling da war hier auf einmal da gestanden okay kenne ich so sehr schön so du hast was entdeckt habe ich gerade noch was mitbekommen ja da war so eine kleine wieder unten höhle irgendwie nach unten wie aber da ist nichts weiter ein bisschen kohle abgebaut gehabt und das war es dann auch schon sehr schön richtig bald richtig loslegen hallo wir haben zwei portale wir haben hier ein portal guck mal auf die karte wir können in zwei verschiedene richtungen wandern ach na eben okay das ist so geil und da hinten haben wir dann so eine was ist das denn hier irgendwie so das ist halt zum bossgegner wahrscheinlich oder irgendwas in der richtung das teilt sich dann in viele verschiedene Ebenen noch auf wow ähm ja wir werden sehen aber ich hoffe wir führen das noch ein dass man später dann vielleicht doch reisen kann wie man das möchte und nicht immer zusammenhängt gebunden ist dann ne ja gerade wenn wir eisen brauchen und dings dann ist es halt ein bisschen doof eisen und kohle brauchen dann ist es halt immer doof aber ich glaube wir brauchen dann irgendwann in diese portale gar nicht mehr zurück weil wir alles abgebaut haben ja gut ist halt die frage also erneuert sich das ne oder funktioniert das dann wir werden sehen wir werden sehen die zeit wird es bringen ach mich kräftig oder so eine Scheiß aber sehr viel an kohle ist jetzt hier auch nicht da muss ich sagen ok wie sieht denn das jetzt aus hm ja natürlich viel viel cool ist echt nicht hier oder wir haben es noch nicht gefunden aber dafür gibt es jede Menge Baumwolle und sowas hier ja ja ich schaue mich ja grad ein bisschen um das ist wieder die höhle wo ich war ach hier kannst du auch rein kann man denn hier kann man denn hier kann ich ein bisschen Baumwolle mitnehmen ok das ist auch ein bisschen steine für die schleifsteine ok und das ist dunkel ok so jetzt bin ich hier oben ja viel gab es da jetzt hier nicht für einen Kröle ok hier scheint auch noch mal eine Höhle zu sein was ist aber denn da aus ist nass ach jetzt kommt wieder dieses blöde ja aua nett ah ich sehe auch grad wieder was ist denn das hier jetzt habe ich hier ne Blume oder was ist denn das ne Blume? ja oh oh die sind ne böse Blume böse Blume, böse Blume, böse Blume oh ja ne große böse Blume wankende Blüte ok die zieht grad fest ne doch nicht ok was habe ich hier gefunden noch? Portalstellen ok ich habe hier auch noch ein bisschen Kohle gefunden ok ich habe jetzt hier was unter der Erde gefunden das müssen wir uns natürlich angucken ich habe auch noch Kohle gefunden aber jetzt will ich erstmal hier hin das ist ja cool weil hier ist nämlich noch was oh haben wir denn hier eine Truhe äh ein ein war das auch nicht so ein Schiefer ach Schleifstein war da drin geil das ist auch gut ja hier war so ein kleines Fass oder war ein Schleifstein drin? ok ok teilweise zeigt es zwar anders angeblich was wäre aber irgendwie baut er da nix ab komisch ok könnte hier auch einfach nur optisch was sein ok gut ne das bringt mir alles nichts ich bin auch echt mal gespannt was das oh wie das Spiel dann entwickelt wird kommen dann noch mehr Portale dazu vielleicht noch mehr Welten und in welche Richtung dieses Spiel geht das würde mich echt mal interessieren ja auf jeden Fall ich denke die lasse ich noch viel einfallen das ist ja Potential unendlich nach oben also ach ich habe wieder Kohle gefunden ok ich habe auch schon ein bisschen was so ich habe jetzt Kohle einstecken 17 Moment ich gucke auch gerade mal ich komme nicht klar mit diesem Kohle habe ich 10 einstecken sehr gut Baumwolle habe ich auch ein bisschen einstecken 19 jetzt können wir wieder 5 Tücher machen Tücher ich weiß nicht ob mal ich weiß nicht wie das dann ist mit den größeren Rüstungen müssen wir uns dann mal gucken ich bin jetzt hier gerade in so einem richtig schönen süßen Wäldchen gut ansonsten brauchen wir ja Baumwolle auch noch für Fackeln ne mit Fackeln weiß ich diesmal das nächste Mal dass ich da mehr mitnehme Richtig schöne niedliche kleine Welten Boah Ach Kohle 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 Boah also diese Bewegung geschichte weil diesmal die Kamera sich fest fixieren tut und muss erst lösen muss das komisch ist das komisch ist ich habe mal wieder meine Kopfhörer falsch rüber auf gehabt und habe mich die ganze Zeit gewundert warum das so komisch klingt alles das ist natürlich ja okay das war mehr schlecht dass ich hier runter gegangen bin als recht wow finde ich auch irgendwie ein komisches Loch reingefallen sehr gut sehr gut sehr gut so ach so jetzt ist natürlich was sagt denn eigentlich uns die Karte an Rohstoffen keine Geländeressourcen wieso nicht wir bauen doch ab aber anscheinend finden wir hier dann nur nur Kohle ne ich weiß es nicht ich habe zumindest mal noch nichts anderes gefunden ach das muss ich mal probieren hat immer so ne so cooldown hat das alles egal was man hat der Onkel buddelt sich durch benützt ich doch ich muss ja irgendwie wieder hochkommen und dann ich bin da ach, da ist er ja unser Maulwurf genau, die Brille ist jetzt wirklich blind So, sehr gut, Onkel. Ja, Zeit. Die Zeit schon wieder. Ich weiß. Furchtbar, oder? Richtig furchtbar. Aber auf jeden Fall können wir jetzt ein paar neue Sachen herstellen. Ein bisschen Kohle haben wir jetzt, denke ich mal. Ich habe jetzt 17 immer noch. Ich würde gerne erstmal zurückreisen, dann die Portalsteine holen und die anderen Portale noch aufmachen. Wollen wir das noch alles in diesem Part machen, oder wollen wir... Ja, wir machen mal den nächsten Part, meine lieben Brüder. Dann machen wir die anderen Portale auf. Ua, ua. Genau, da geht es nämlich direkt vorwärts. Ach, ich sage, ich habe mich angelegt. Mit Tricks fiesern. So. Sehr schön. Okay. Mit einem Skalp-Biwa-Ford. Der fasst aus schon. Ähm, ja, ich war, ich war, ich war, äh... Gut. Ähm, vielen Dank für's Einschalten. Ich würde gerne nicht langt mir mit ihm. Mach das. Äh, vielen Dank für's Einschalten. Ja, nächster Part, definitiv, geht's in eine neue Welt. Und... Ah, scheiße. Okay, hier. Wow. Ähm, hier ist eine Kohle. Ja, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Schaltet wieder ein. Onkel und Ero. Und, äh, wir sehen uns. Bleibt gesund. Bis dann. Tschu. Tschuus. 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 Schilling.